Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Marktausblick für die kommende Woche. Und ich sage schon mal so viel, es steht eine Menge an. Wir haben da draußen eine Menge News. Einerseits natürlich die Bankenkrise, die jetzt momentan alle umfasst. USDC Stablecoin, der nicht mehr unpackt ist, also unter einen Dollar tradet. Silicon Valley Bank ist pleite, es wurde ein neuer Fonds gebildet von der US-Regierung. Also ihr seht schon, es steht eine Menge an und interessante News natürlich auch. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne in die kostenlosen Talk und Signal Chrome reinscheuen, wenn ihr Bock habt auf Updates oder Signale. Kommt da natürlich gerne rein, Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, nächste Woche stehen eine Menge News an. Wir fangen wie immer mit dem US-Dollar an, der momentan sich noch relativ stabil hält. Die Frage ist, wie lange wird das jetzt der Fall sein? Ich habe gerade gesagt, wir haben eine Bankenkrise. Die zweitgrößte Bank, die Silicon Valley Bank, ist pleite gegangen. Die US-Regierung hat diese aufgekauft und ja, man muss dazu sagen, jeder, der 250.000 US-Dollar Einlagen da drin hat, soll jetzt gerettet werden. Wo kommt dieses Geld her? Fragt sich natürlich momentan noch nicht wirklich viele. Aber es ist eine Frage, oder es ist ein Punkt, der hinterfragt werden muss. Wird jetzt wieder Geld en masse gedruckt? Wir haben am 22. März den FED-Zinsentscheid und momentan gehen die Futures von einer knapp 70%igen Wahrscheinlichkeit davon aus, dass wir hier eine Basis-Zinserhöhung kriegen von 0,5%. Wundert mich ganz ehrlich nach dem ganzen Scheiß, der jetzt die letzten Tage passiert ist, dass man immer noch davon ausgeht, dass wirklich so hoch die Zinsen erhöht werden. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, 0,25% zweimal möglich, aber jetzt 0,5% auf einen Schlag. Nachdem Banken am laufenden Band hier pleite gehen, die Märkte komplett unter Druck geraten, kann ich es mir persönlich nicht vorstellen. Aber wie gesagt, es sind noch zwei Wochen, wir wissen nicht, was nächste Woche noch alles rauskommt oder was da alles passiert. Aber momentan ist alles wirklich sehr, sehr unter Druck geraten und deswegen sollten wir das auch mal die nächsten Tage auf jeden Fall ein bisschen im Blick behalten. Und wir haben ja schon, um zurück wieder auf den Chart zu kommen, des US-Dollars darüber gesprochen, dass ich momentan immer noch davon ausgehe, dass wir in dem Bereich der 103,7% einerseits wegen dem Pivot, andererseits hier auch wegen Support-Level zwischen 103 und 107 US-Dollar nochmal ein Bounce sehen könnten. Ist natürlich jetzt echt schwer. Ich würde davon abraten, hier irgendwie in irgendwelche Trades zu gehen. Die letzten Wochen war das deutlich einfacher, das hat auch relativ immer gut gepasst, sage ich mal. Aber momentan würde ich ganz ehrlich davon abraten, hier in irgendwelche Trades reinzugehen. Wir wissen eben nicht, was die nächsten Tage noch passiert oder die nächsten Wochen jetzt erst einmal. Wir sind hier nicht über diesen Widerstand direkt drüber gekommen, wir hatten keinen richtigen Close darüber. Also an sich der US-Dollar nicht wirklich stark und mit den ganzen News, die jetzt rauskommt, wird es wahrscheinlich jetzt auch nicht besser werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute jetzt in Scharen in den US-Dollar reinrennen, sondern eher in Gold. Aber das werden wir uns später nochmal ein bisschen angucken, deswegen würde ich das heute ein bisschen verkürzen hier mit dem DXY. Und einfach mal ein bisschen auf Seitenlinie, wir beobachten das mal. Aber die nächste Woche wird sehr, sehr interessant. Ich gehe aber ganz ehrlich davon aus, dass der US-Dollar deutlich, deutlich mehr crashen wird als diese 103,5 US-Dollar. Das wäre der erste Support, dann besteht noch Hoffnung, in Anführungszeichen Hoffnung, für einen Reversal. Aber ich würde momentan einfach nicht meinen Arsch drauf verwetten. Sorry für meine Ausdrucksweise. Deswegen gehen wir gleich rüber zum S&P 500 und hier hat sich deutlich mehr getan. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, richtig gute Short-Möglichkeit. Einerseits hier oben, weil wir unser kleines Gap noch hatten und wenn wir unser FIP-Level dazu ziehen, sehen wir auch, wir sind hier genau ins Golden Pocket eben reingekommen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir letzte Woche angesprochen haben. Vielleicht haben einige diesen Trade mitgenommen, dann Glückwunsch. Klar, wir haben jetzt dieses kleine Gap nicht hundertprozentig gefüllt, ist aber auch nicht schlimm, wir sind ins Golden Pocket gekommen. Und dann ging es runter. Viel, viel wichtiger ist aber, wir sind wieder unter unsere, sag ich mal, Down-Trend-Linie drunter gefallen. Weil nachdem wir hier schön gebounced sind, nochmal versucht haben, nach oben hin zu kommen, sind wir jetzt drunter gefallen gestern mit dem Close. Natürlich, Bankenkrise und so steht alles hier im Vordergrund momentan. Deswegen muss man hier natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Es wird jetzt echt interessant werden, wie nächste Woche die Märkte reagieren. Ich würde mich auch hier ganz ehrlich mal ein bisschen bedeckt halten. Wir haben den nächsten Support hier jetzt in diesem Bereich bei 3837 Punkten bis ungefähr 3800 Punkten. Momentan, das wäre so ein Bereich, den ich mir vorstellen könnte, der könnte nochmal angetestet werden. Sollten wir da drunter fallen, haben wir wahrscheinlich ein tieferes Tief. Und dann sieht es auch in den traditionellen Märkten sehr, sehr böse aus. Und da würde ich sagen, ist es, glaube ich, mal ein ganz, ganz guter Punkt, mal ganz kurz in die News rüber zu kommen. Und zwar stehen nächste Woche auch wichtige Daten an. Wir haben am Dienstag die US-VPi-Daten, Verbraucherpreisindex, Kernrate für das Jahr. Prognose liegt bei 5,5 Prozent. Also ein bisschen niedriger als letzten Monat. Letzten Monat waren es 5,6 Prozent. Könnte natürlich auch für die Fed ein wichtiger, wichtiger Punkt werden, wie das hier weitergeht. Natürlich haben wir dann auch nochmal, sag ich mal, aufs Jahr gerechnet, auch nochmal die VPI. 6,4 war es vorherig und 6,0 Prozent ist die Prognose. Also hier könnte Dienstag deutlich, deutlich Bewegung reinkommen. Fängt schon mal gut an. Und was auch noch dazu kommt, am Mittwoch dann, haben wir dann noch die Erzeugerpreise, die auch noch dazu kommen. Und auch ein wichtiger Inflationsgeber sind. In den letzten Monaten sind wir hier stetig gefallen. Wir haben eine Prognose von 5,2 Prozent. Vorherig waren es 5,4 Prozent. Ist auf jeden Fall alles möglich, dass es weiter zurückgeht. Auch natürlich aufgrund dieser hohen, sag ich mal, Zahlen, die wir haben, zumindest der Zinsraten, die wir in den letzten Monaten immer wieder haben, gehe ich auch davon aus, dass es weiter sinkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt plötzlich eine Kehrtumwehr macht und wir hier wieder deutlich nach oben hin steigen. Das heißt, Dienstag, Mittwoch kommen hier echt wichtige Daten raus, die natürlich dann auch wiederum den S&P 500 beeinflussen könnten. Deswegen gehe ich jetzt am Montag aufgrund der ganzen Newslage, die jetzt hier rauskommt, zumindest mal hier von einem größeren Dump noch mal aus, dass wir hier einfach noch mal in diese grüne Box hier eben fallen. Maximum, Maximum, und da sollten wir nicht drunter schließen, mit Daily Candle, 3.783 Punkte. Diesen Bereich würde ich gerne mal einen Blick behalten. Und dann kommt es natürlich darauf an. Sehen wir dann Reversal aufgrund der positiven Daten. Dann müssen wir hier wieder über unseren Downtrend kommen. Das heißt, die 3.900-Punkte-Marke, sehr, sehr wichtig, dass wir hier wieder drüber kommen und das gegebenenfalls auch wieder bestätigen. Das jetzt erstmal so ein bisschen zum S&P 500. Wir blicken auf den Nasdaq, der natürlich von der Silicon Valley Bank noch mal ein bisschen mehr betroffen ist. Auch hier seht ihr, wir haben einerseits unser Gap gefüllt. Wichtiges Zeichen, wir haben das Golden Pocket knapp verfehlt, aber das Gap war eigentlich so dieses Hauptziel, wo wir einen Blick hatten. Also auch hier, wer den Trade mitgenommen hat, Glückwunsch, Bombe gelaufen. Würde ich auch an eurer Stelle jetzt die ersten Profite einfach mal mitnehmen und ein bisschen weiter beobachten. Denn wir fallen hier auch momentan durch jeglichen Support. Ihr seht es hier, einerseits sind wir durchgefallen, sogar hier haben wir jetzt erstmal einen Schlusskurs gesehen. Und was wir auch schon immer wieder angesprochen haben, wir haben hier auch noch ein riesiges Gap. Das könnte jetzt auch noch im Laufe der nächsten Woche gefüllt werden. Aber wir haben hier noch etwas Positives. Wir haben noch kein Lower Low. Wir sind hier genau gestoppt vor diesem Low, was wir eben hier gebildet haben bei den 11.827 Punkten. Sollte der Montag jetzt bearish werden, ganz ehrlich, dann sehen wir hier wahrscheinlich sogar noch die 11.600 Punkte. Weil eben die ganzen Tech-Werte da doch nochmal ein bisschen mehr angegriffen werden. Also das würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall mal einen Blick behalten. Wir sind in einem Downtrend. Wir bilden keine Higher Highs mehr. Wir bilden Lower Highs. Ein Lower Low fehlt uns jetzt hier noch. Aber ich glaube ganz ehrlich, am Montag wird dieser Bereich dann gebrochen. Könnte so eine Art False Move Monday werden, bevor wir dann am Dienstag möglicherweise, Dienstag Mittwoch mit positiveren News, dann zumindest einen kleinen Bounce sehen. Aber momentan ist hier noch nicht alles verloren. Aber der S&P 500 sieht deutlich schwächer aus als der Nasdaq. Man sieht es auch am Chartbild. Downtrend-Linie sind wir noch meilenweit entfernt. Da müssten wir in Richtung 11.200 Punkte Marke runterfallen. Sehe ich aber nach momentanem Stand nicht. Es lohnt sich hier vielleicht auch nochmal ganz kurz das FIP-Level von der ganzen Aufwärtsbewegung anzuschauen. Da sehen wir auch, okay, hier diese 11.500 bis 11.400 Punkte Marke, wo wir dann auch hier nochmal so einen kleinen Support hier in diesem Bereich haben, wird sehr, sehr interessant werden. Ich kann es mir ganz ehrlich am Montag vorstellen und dann eben das Golden Pocket mal im Auge behalten, die 11.500 Marke. Wie ist die Newslage? Wie ist so dieses Gesamtmarktumfeld? Lohnt sich hier gegebenenfalls wieder ein Long? Da werde ich dann aber auch in der Telegram-Gruppe nochmal ein besonderes Auge drauf werfen. Aber ich würde jetzt zumindest am Montag erst einmal nichts überstürzen. Wer da oben den Short mitgenommen hat, lasst das Ding laufen. Stop-Loss-Entry, nehm Profite. Und den größten Batzen würde ich dann hier unten bei den 11.500 Punkten auf jeden Fall dann rausnehmen. So, dann schauen wir uns den Dow Jones an. Auch hier hat sich einiges getan. Und zwar sind wir an unserer Downtrend-Linie nochmal gebounced. Wir hatten ja hier schon dieses Breakout vor Monaten schon, wo wir uns seit Monaten immer wieder beschweren. Boah, da tut sich nichts, da tut sich nichts. Jetzt hat sich was getan. Wir haben unsere Seitwärts-Range gebrochen. Darüber haben wir auch die letzten Wochen immer wieder drüber geredet. Diese Linie wurde jetzt gebrochen, diese Range nach unten hin. Bestätigung jetzt momentan auf dieser Downtrend-Linie. Also auch hier wird es sehr, sehr interessant werden, wie der Markt regiert. Wir haben hier noch eine schöne Daily-Demand-Zone, die momentan noch standhält. Bricht diese, könnte das für den Dow Jones einen ordentlichen Crash bedeuten. Also von Crash rede ich jetzt hier der nächste Support, weil wir hier unten noch eine Daily-Demand-Zone haben. Nach jetzigem Level wären es 4 bis 5 Prozent, die wir hier nochmal einplanen müssten. Gleichzeitig ziehen wir uns jetzt hier auch nochmal ganz kurz das Fit-Level von unserem Low zu unserem High. Da sehen wir auch, okay, erste Unterstützung würde bei 31.000 Punkten reinkommen. Aber, boah, also ob das Golden Pocket hier hält, sehr, sehr fraglich. Ich kann mir sogar eher vorstellen, dass wir hier in Richtung 0786 haben, wo der Pivot S3, der Manfleet-Pivot momentan liegt. Und eben hier diese Daily-Demand-Zone. Aber ich glaube, das Golden Pocket wäre hier der erste Ankerpunkt, sollte dieser Abtrend jetzt erstmal brechen. Dann wäre eben, wie gesagt, die 31.000-Punkte-Marke, wo das Golden Pocket ist, die Reaktion entscheidend. Sollte das am Montag kommen, kann man sich hier wirklich überlegen, für Dienstag ein bisschen bullischer zu positionieren. Aber es besteht hier echt Risk. Und dann gucken, wie reagieren wir. Weil wir sind dann, der Abtrend ist dann gebrochen. Wir sind wieder unter unserer Downtend-Linie. Und dann müssen wir natürlich diese auch erstmal im Blick behalten. Vom Risk here, wenn wir jetzt hier am Golden Pocket Long gehen sollten, liegt bei 3%. Ist, finde ich, human für die Aktienmärkte. Ich sage ja auch bei Krypto immer 3%, absolut human. Können wir auch hier gegebenenfalls einen schönen Trade erst einmal starten mit einem Stop-Loss, würde ich sagen, unter diesem Wick hier unten. Wo dann auch die nächstgrößere Daily-Demand-Zone auf uns wartet. Also diesen Bereich dann gerne mal im Blick behalten. Stop-Loss eben, wie gesagt, ein bisschen darunter unter dem S3-Pivot bei 30.061 Punkten. Gegebenenfalls auch mit zwei Entries arbeiten, wie ihr das möchtet. Und den zweiten Entry dann bei den 30.484 US-Dollar starten. Aber wie gesagt, Montag könnte happig werden. Durch das ganze Wochenende kommen natürlich immer noch ein bisschen mehr News und noch Sonstiges ein bisschen ans Licht. Vorsicht gilt nächste Woche. Ich kann es nicht oft genug sagen. Vorsicht ist nächste Woche an erster Stelle erst einmal. Gut, dann würde ich sagen, switchen wir rüber zu Gold. Deutlich, deutlich bullischer natürlich. Man geht jetzt eher wieder in Risk-of-Asset rein. Im Aktienmärkte und so. Jetzt momentan ein bisschen unpraktikabel. Wir haben hier auf jeden Fall mit Daily-Schlusskursen higher high wieder rausgebildet. Wichtig, PEX Gold. Traded momentan sogar schon bei 1.900 US-Dollar pro Finanze. Und das ist auch so unser Ziel, was ich hier anvisiert habe. Hier oben diese Ineffizienz zu schließen bei den 1.900 Dollar und dann gegebenenfalls wieder einen größeren Abverkauf zu sehen. Ich muss sagen, ich habe am Donnerstag im Livestream, habe ich ja gesagt, ich will Gold kaufen. Das habe ich mir jetzt erstmal wieder ein bisschen anders überlegt. Nachdem der Kurs jetzt wieder doch deutlich, deutlich höher ist, warte ich hier jetzt erstmal mal ein bisschen ab. Gegebenenfalls werde ich dann ein bisschen FOMO nachrennen. Sollte es dann wirklich hier der Fall sein, dass wir hier oben eben über diesen Bereich durchbrechen. Und wir ziehen auch hier ganz kurz das FIP-Level, damit ihr wisst, auf was es hier oben eben ankommt. Hier oben bei dieser Ineffizienz haben wir auch noch das Golden Pocket. Also momentan läuft Gold nach Plan erst einmal. Wir sind davon ausgegangen, dass wir hier unten jetzt erstmal einen vorläufigen Boden gesehen haben. Eine Rally starten bis 1.900 US-Dollar. Bis circa, sage ich jetzt mal, bis 1.920. 1.920, das ist so unsere Maximum-Zielmarke momentan. Und dann nochmal eine Gegenreaktion nach unten hin sehen. Und das Gesamtmarktziel bis 1.740 US-Dollar erreichen. Und ganz ehrlich, das ist für mich immer noch ein bisschen persönlich das praktikabelste, beziehungsweise das wahrscheinlichste Szenario, dass wir hier immer nochmal runtergehen könnten. Weil hier unten eben noch eine Menge Liquidität liegt. Aber mit Vorsicht genießen, weil eben die Märkte momentan komplett straucheln. Sollte da wieder ein bisschen Wind aus den Segeln genommen werden, sieht es natürlich wieder gut aus, dass Gold ein bisschen runter crasht. Aber momentan läuft es hier sehr, sehr gut in die richtige Richtung, würde ich sagen. Und im gleichen Atemzug schauen wir uns auch mal Silver an. Auch hier, habe ich ja letzte Woche gesagt, wir befinden uns hier in einem entscheidenden Punkt. Wir sind im Golden Pocket und wir sehen die Reaktion. Also auch hier Glückwunsch, wer das möglicherweise sich getraut hat mitzunehmen. Das Golden Pocket war das Ziel. Wir haben die Ineffizienzen hier drüben geschlossen, haben das Golden Pocket gehittet. Und jetzt können wir auch hier erst einmal eine Erholung starten. Natürlich profitiert Silver auch komplett von diesen ganzen Newslagen, die da draußen sind. Und da wird es jetzt dann interessant werden, ist es nur vorübergehend. Da würde ich die ersten Profite hier oben bei den 21,2, ja, 21,30 ungefähr nehmen in diesem Bereich hier. Bei diesem High sollten wir hier rejected werden, haben wir ein Lower High gebildet. Und wir könnten doch nochmal einen Rücksetzer bis hier ins 0,786er bis ungefähr 19 US-Dollar kriegen. Also ihr seht schon, es geht das Money gerade ein bisschen in die Risk-Off-Session. Silber, Gold, momentan sehr, sehr gefragt, was das hier anbelangt. Und ganz ehrlich, solange wir hier aber auch noch kein Higher High gebildet haben, bin ich bei Silber noch ein bisschen pessimistischer. Ich würde sowieso eher, ich habe es auch im Livestream gesagt, 90 zu 10 eher in Gold reingehen, anstatt in Silber. Also Silber nur einen minimalen Betrag. Aber es sollte zur Diversifikation des Portfolios, finde ich, auch meines Erachtens nach ein bisschen dazugehören. Trade-technisch sieht es jetzt erstmal gut aus, Stop-Loss, Entry und Gutes. Und dann schauen wir einfach mal, wie die nächsten Tage hier weiter verlaufen. Aber ich kann mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass hier noch ein kleinerer oder ein größerer Bounce nach oben hin erfolgt. Gut, dann schauen wir uns unseren DAX-Short an. Der läuft weiterhin sehr, sehr profitabel. Also man sieht es hier, wir haben unser Gap mittlerweile gefüllt. Das heißt, unser größter Take-Profit, 50 Prozent, muss ich sagen, sind jetzt von der Position raus. Das war unser Ziel. Wir sind hier in den Trade hier oben reingegangen, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, bei den 15.637 US-Dollar. Risk war 1,83 Prozent, da sind wir nie und nie mehr hingekommen. Momentan, wie gesagt, 50 Prozent der Positionen laufen noch. Also Stop-Loss ist auch auf Entry, aber das Ziel wurde erreicht. Also Glückwunsch auch an alle, die das mitgenommen haben, wurde auch in der Signalgruppe gepostet. Ich warte hier jetzt aber nochmal, ob ich gegebenenfalls die Position wieder ein bisschen vergrößere. Also momentan, wie gesagt, 50 Prozent sind noch drinnen. Wir haben das Gap hier erst einmal gefüllt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Nach unten hin wäre dann der nächste Bereich bei ungefähr knapp 15.000 Punkte bis ungefähr 14.900 Punkte, wo dann der nächste Take-Profit wäre, wo ich dann 75 Prozent oder gegebenenfalls sogar die ganze Position erst einmal schließen würde. Aber momentan muss man aber auch dazu sagen, für die ganzen News hält sich der DAX noch sehr, sehr gut. Wir haben nur unser Gap gefüllt, welches wir vor ein paar Wochen mal, sag ich mal, gemacht haben. Also es sieht hier wirklich nach jetzigem Stand noch sehr, sehr gut aus, aber trotzdem, der Short bleibt offen. Ich würde hier momentan überhaupt nicht long gehen, auch wenn wir hier dieses Szenario gespielt haben, dass wir in Richtung 15.183 fallen, dann nochmal long gehen. Dieses würde ich jetzt erst einmal löschen. Wir bleiben Short, sollten wir eine kleine Erholung sehen, weil wir eben hier oben jetzt ein neues Gap gebildet haben. Ich zeichne euch das mal ganz kurz ein. Also in diesem Bereich hier haben wir jetzt wieder ein neues Gap gebildet bis ungefähr 15.612. Das heißt, nicht mal hier würde unser Entry tangiert werden. Wir könnten das Gap füllen und wären immer noch in so einem Short-Trade. Hier würde ich mir aber wirklich gegebenenfalls überlegen, aber wie gesagt, da werde ich dann nochmal ein Update raushauen in der Telegram-Talk-Signalgruppe, dass wir hier sogar die Short-Position wieder ein bisschen erhöhen könnten. Aber wie gesagt, das werde ich dann alles announcen. Momentan bin ich so zufrieden, 50% sind raus, wir haben kein Risiko mehr. Und jetzt lasst das Ding erst einmal von mir aus entweder runterfallen in Richtung 15.000 oder eben erst einmal das Gap nach oben hin füllen. Aber ich gehe ganz ehrlich, wie gesagt, davon aus, Montag, Märkte deutlich unter Druck, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Donnerstag übrigens noch Erstanträge Arbeitslosenhilfe, die dann auch noch dazukommen, dass es da wieder ein bisschen positiver sein könnte. Und nächste Woche wissen wir dann auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir noch zum Schluss zu Bitcoin rüber auf dem Daily-Timeframe. Schauen wir uns das auch mal. Ne, das ist die Bitcoin-Dominance. Wir schauen Bitcoin, 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 wo haben wir? Hier, so. Jetzt aber. Wir schauen uns Bitcoin nochmal auf den größeren Timeframes an. Hier habe ich ja heute früh im Update schon drüber gesprochen. Die Möglichkeit, dass wir hier eben nochmal in den Bereich der 19.370 US-Dollar fallen. Sehr, sehr hoch. Auch hier wartet ein Trade in der Signalgruppe auf euch, also kommt da gerne rein, ist kostenlos, kein Problem. Dass wir hier einfach nochmal runterfallen und dann aber auch eine Gegenbewegung sehen. Ich sehe das sowieso momentan durch auch diese ganzen News auch als Chance für Krypto. Also hauptsächlich für Bitcoin, nebensächlich dann ein bisschen für Krypto allgemein. Aber die Leute müssen sich jetzt auch überlegen. Wir sind jetzt in einer ernsten Situation. Es finden Bankruns statt. Die Leute wollen das Geld von ihren Konten runterholen. Nur wenn man mal drüber nachdenkt, auch in Deutschland, wir haben nur ein Prozent der gesamten Geldmenge ist gedeckt. Das andere ist alles Girald-Geld. Das gibt es nicht. Das wurde erschaffen. Also auch hier, ganz ehrlich, es ist eine Chance für Bitcoin. Man muss auch ein bisschen das Positive sehen. Und auch wenn wir jetzt diesen 20% Dumpets hatten, die letzten Tage, es ist eine normale Korrektur. Wir haben das Golden Pocket fast gehittet. In den anderen Timeframes, die mit dem GP von hier aus, haben wir es gehittet. Es ist eine Chance für Bitcoin. Einfach auch längerfristig zu steigen. Wir haben momentan ein höheres Tief, worauf wir seit Wochen immer wieder darauf hingewiesen haben, dass es eine Chance ist und es eigentlich sollen, oder dass es wirklich ein höheres Tief geben soll. Darauf habe ich immer hingewiesen. Das ist wünschenswert werte und jetzt haben wir die Chance. Und jetzt können sich auch die Leute entscheiden, haue ich mein Geld in Banken, die überhaupt nicht gedeckt sind, oder sehe ich Krypto, beziehungsweise Bitcoin als Chance. Es werden spannende Wochen, meines Erachtens nach. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Ihr könnt gerne mal eure Meinung da unten reinschreiben, was ihr von der ganzen Sache haltet. Seht ihr es als Chance? Verkauft ihr jetzt? Was sind eure Steps momentan? Ich finde, Bitcoin hält sich für die Verhältnisse, die wir jetzt haben. Die Korrektur war überfällig mit der Bearish Divergence und sowas. Ich habe zwar nochmal gedacht, 26 sind noch drin, aber gut, man kann nicht alles treffen. Aber dafür hält sich Krypto, beziehungsweise Bitcoin, noch sehr, sehr gut. Und damit verlasse ich euch fürs heutige Video. Wir hören uns dann morgen wieder zum Bitcoin-Update-Video, beziehungsweise Ethereum. Dann gibt es auf dem Zweitkanal morgen noch ein bisschen Aktienanalyse. Da werde ich heute noch eine Umfrage starten. Und ja, wünsche euch ein entspanntes Wochenende. Guckt nicht zu viel auf die Charts. Genießt das Wochenende. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von meiner Seite. Und ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Ciao.